hallo und herzlich willkommen liebe gaming freunde hier ist wieder mit einem weiteren video zu go simulator 3 es geht heute um den schwarzmarkt wir müssen den schwarzmarkt entdecken und das ist wirklich nicht viel mehr was wir machen müssen wir müssen also wirklich nur die richtige tür finden das habe ich euch schon auf der karte gezeigt dann werden wir uns einmal vor der tür verbeugen und dann kriegen wir auch schon zugriff auf den schwarzmarkt und darin gibt es natürlich gleich wieder auch ein wenig ausrüstung für uns zu erwerben das war's mehr ist hier nichts zu tun ich danke euch fürs dabei sein hat's video geholfen hat es gefallen denkt einen daumen nach oben abonniert den kanal falls noch nicht geschehen verpasst hier mit log aktiv kein weiteres neues video ich danke euch und sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming 1 2 3 Untertitelung des ZDF für funk, 2017